Während wir uns damit relativ schnell dem nächsten Paare hier widmen. Dinkin, in aller Munde. Dinkin, toller, großartiger Vererber und hat ebenfalls auch diesen Dax hervorgebracht. Und Dax ist uns wiederum bekannt, weil er eben nicht nur mit seinem Reiter jetzt hier, mit Peter Clemens, erfolgreich unterwegs ist, sondern vorher auch schon mit David Will sehr, sehr erfolgreich war. Dinkin, der Diorado-Sohn aus der damaligen ebenfalls erfolgreichen Inken von Cassini. Hier in diesem Fall weiter über Corrado und Athlet. Das Ganze hier gehend und Peter Clemens, schon wirklich einige Tolle waren hier. Unter anderem ebenfalls auch schon einmal siegreich. Nicht meines Wissens war es, glaube ich, die erste Qualifikation, die sie für sich entschieden haben. In Oplabeck waren sie ebenfalls schon mit Siegen vertreten. Und Siegen kennt der Dax, denn auch damals mit David Will, da waren sie zum Beispiel eben auch in Aachen im letzten Jahr als Youngster mit dabei. Da siegten sie in einen der Youngster-Touren. Die Dax Drehmach! Vielen Dank. Der DAX mit Peter Clemens, ich hatte es an den Tagen zuvor immer wieder gesagt, mag ihn als Reiter unglaublich gerne. Er ist die Klasse.